Norddeutscher Rundfunk 2021 Als erstes brauchen wir die Fernbedienung. Die Marke am Boden braucht es nicht zu zwingen. Schauen wir mal an, ob es grössere Schädte gibt. Wenn sie beschädigt sind, können sie werden. Wenn du etwas bewegst, kann es schneller werden. So links, rechts. 150 m reinge, dann weiss man. Höher als 150 m. Zählst du hier rauf? Dann kommt es wieder ab. Wir haben einen Schleuchser Rundfunk 2021 Es kommt auch immer zu. Untertitelung. BR 2018 Jetzt muss man doch noch ein bisschen steigen und da über den Grenzen fliegen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018